Diese Fotos fand Lena Gerke, 34, gar nicht witzig. Sie erwartet aktuell nach ihrer Tochter zur, die im Juli 2020 zur Welt kam, ihr zweites Baby mit ihrem Freund Dustin Schöne, 37. Doch bevor das Model das im vergangenen Juni selbst bestätigen konnte, ließen Paparazzi die Bombe mit Urlaubsfotos, auf denen sein Babybauch bereits deutlich zu erkennen ist. Schon vorab platzen. Über diese Vorwegnahme war Lena gar nicht erfreut. Ich fand es super ätzend. Ich habe mich da als Frau, und als Mutter, als nochmal werdende Mutter, richtig in meiner Intimsphäre angegriffen gefühlt, erklärte sie in ihrer Doku Lena Gerke, it's up with you wütend. Die Germany's Next Topmodel-Siegerin sei ja extra aus Deutschland in den Urlaub verschwunden, um ihren wachsenden Bauch besser verstecken zu können, und die freudigen Nachrichten noch etwas länger für sich zu behalten, dabei hatte Lena aber nicht mit den aufdringlichen Fotografen vor Ort gerechnet. Auch ihr Partner Dustin war mit dem Verhalten der Paparazzi gar nicht zufrieden. Respektlos, stimmte er seiner Freundin zu. Jetzt nehmen die beiden ihre Community aber gerne durch die besondere Zeit der Schwangerschaft mit, und teilen auch freiwillig glückliche Momente mit ihrem Töchterchen. Stöchterchen Stöchterchen